Hallo und Willkommen zu einer Folge League of Legends wieder im Schwarm-Modus Heute mal mit Yasuo unterwegs und wir spielen die zweite mit, das ist auf jeden Fall ganz okay Oder wie gesagt, wenn wir Yasuo ausprobieren, einfach mal Damage, weil ich finde mal das early game von Yasuo ist irgendwie echt kacke, sag ich mal, weil ich da einfach die Fähigkeit habe, wenn ich nicht so geil finde am Anfang Aber dafür ist die halt umso besser, wenn die sich dann irgendwann mal evolved Jetzt sollte die vielleicht laufen, dann die sich schneller auf, ne Bleib die ganze Zeit stehen, weil ich euch genau so treffen will Ähhh Hm Ne, war es halt der Projektide Ich muss die Kreise, da will ich das nicht unbedingt haben Toll, erstmal nichts treffen, aber gut So Alter, seid ihr ja ernst Die will ich auch nicht haben, weil wir auf jeden Fall bei den Crit-Items haben. Und dann mal schauen. Brauchen wir auf jeden Fall einen Crit-Stat und die will auf jeden Fall auch Leben oder Rüstung oder so haben, weil... Du weißt halt, wie es grüß hier einfach bist. Was man schwärmen muss, ist mir echt so aufgefallen, da brauchst du auf jeden Fall die defensiven Stats halt. Weil du das irgendwie überlebst. Da ist ein Mega Blast. Hat er auch genommen. Jetzt haben alle jetzt ihre erste Waffe genommen. Hatte vor allem auch nur eine passive. Lauftempo, Leben, Rüstung, Crit. Mal jetzt einfach mal so. Und ich glaube, ich habe sogar nicht Rüstung dabei, ich glaube, ich habe sogar lieber Leben und Lebensregeneration dann dabei. Oder Rüstung und Lebensregeneration. Auf jeden Fall irgendwie Lebensregeneration. Weil du bist echt so aufgefallen, wenn du einfach mal damage bekommst und hast keine Lebensregeneration, dann ist das immer undangenehm einfach zu spielen. Der hätte nicht so einen Lifestyle-Step mit reinnehmen müssen, finde ich. Ja gut, dann machen wir so. Aber diesen AOE, ein bisschen Utility dabei, nämlich Rüstung mit. Rüstung, Lebensregeneration, Crit. Den nehme ich noch diesen komischen Bumerang da mit. Das geht ja mit Lauftempo. Tja und dann. Da hätte ich doch die Kreise am Anfang annehmen sollen. Wo ich den komischen Handschuh halt mit. Ich glaube, der kann auch Critten oder so von der Theorie her. Da muss ich jetzt auf den Fall mal rollen, da ist Crit. Da sind die Tore alle oben. Ich sehe den Ball da unten gleich. Aber die beiden haben aber die Passive auch noch nicht freigestellt, hier die Fünfte. Äh, die Sechste. Also, bobb, 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 bobb. Bobb, 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 bobb. Ich hab da oben einen Ball, ich hab auch einen Ball. Aha, meins. Äh, mehr Schaden, Gegner in der Nähe. Das werden wir, glaube ich, nehmen. Ja. Da kommt ein Ball auch mit zugeflogen. Wir bringen hier gerade, ne? Na gut, macht er schon. Ich denke, ich finde halt so das Old, irgendwie eher so, naja, man kann die Gegner blocken und Schüsse und so, aber... Irgendwie hätte ich da doch lieber eine Old, die einfach reinsteppert. Ich kann mir gerade irgendwie nicht runter oder so. Aber haben wir die Rüstung auch schon mal, haben wir schon mal die Stats dafür fertig. Das wäre ich eigentlich noch gerne in Lebensregeneration. Wie oft schießt man das Ding eigentlich? Ich komme nicht durch. Warte mal, ich hole da oben den Treibstoffkanister. Da ist ein F, die haben wir uns auch. Stahlsturm. Oh, rein, das war keine gute Idee. Wo wir da waren, wo wir die Lebensregeneration haben, ne? Wo kommt die Welle noch her? Da war noch eine Liebe drin, was die Welle spawnt. Ist auf jeden Fall gut dort schnell. Ich glaube, das ist meine Produktivanzahl, da war es nicht so unbedingt der Beste, der hätte ich ja den nehmen können, ne? Weil... Wer ist auf der Inmeer drin, was passiert? Ich hab den auch gar nicht mehr gesehen. Da war da immer wieder so viel auf einmal, auf einem Feld, da hab ich gar nicht wissen, was es abgeht. Oh! Das letzte Ende, wenn er so stimmt. Ne, sie lebt wieder auch, ne? Da ist der Stahlsturm. Oh, noll. Alter, geh noch in die Tür rein in die Türste, ne? Wann denn nicht? Geh weg! Da ist noch mal Crit. Perfekt, dann habe ich die drei Items, das Ding. Statt das hätte ich halt gerne Schaden gehabt, so gesehen, aber da war das in den Zeitpunkt aber schon so, wo ich mir gedacht habe, wer nehme ich das, was noch Schlechteres dabei halt. Man kann ja mal weggehen, da habe ich auf jeden Fall schon mal mit dir einfach, aber wo schießt immer der komische Fall, dann schießen die nicht auf den Gegner, dann schießen die ja mal die ganze Zeit mal oben. Warte, da oben ist wieder der Laser. Ich finde, man kriegt die aber nicht daunen, aber das ist ganz ehrlich, wenn der so ein Spiel ist, immer so, die Gäste sind immer kacke, bis man das Ding mal entwickelt. Da geht's ab. Aber bis dahin ist immer richtig scheiße. Bis dahin muss man quasi überleben. So, gleich seid ihr die tote Kaffee. Ja, kommt mal da her. Da, rein da wird. Und laden, zielen, Feuer. Aber ich lebe immer noch. Feuer. Aber es ist nicht so viel Scham, aber ich dachte, wie oft muss er da reinballern, damit die tot sind. Rüstung. So, jetzt brauchen wir es wieder. Und da ist das Ding noch. So, jetzt hätten wir einfach noch gerne Lebensrücken an. Anfirmation von der Theorie her. Das ist auch irgendwie hochheilen können. Das heißt, wir hätten sein. Also, ich finde, es ist immer so in so einem Lifestyle-Effekt. Weißt du, wie es in anderen Spielen, deren Art ist, ob es da so ein Lifestyle gibt, ist es ja auch nicht so. Aber es ist nur durch Lebensgenerationen, indem wir bekommen. Es ist einfach so. Naja. Ja, oder Samstag, diese Kanister da, ne? Okay, aber ich habe ja andere Sorgen, als die Kanister einzusammeln, nämlich überhaupt zu übernehmen. Bisschen zu viele Leute, die hier schießen können, ob einmal. Was ist mit dem Arbeiter? Ich kann nicht nur rumlaufen und die ganze Zeit überleben. Ja, du, jetzt kommt die Fischer, das kann ich auch noch mal ein bisschen was machen. Und dann wird das gestorben. Da war es ja wahrscheinlich auch einmal nicht mehr so schnell. Dann war es, dass man sich in meinen Scheiß Stahlsturm haben. Ich mache es ja auch nicht mehr. Und ich habe die gar nicht ab. Oh mein Gott. Ich habe es ja auch schon mal abend, wenn wir dann irgendwann Müll nehmen müssen. Der Schlagsturm für den Fluss, das ist so okay wie uns. Ah, die Scheiße, da muss ich noch ein Wicke, wir brauchen eine Karte. Töte die Gegner. Ich bin tot. Man würde das Ding, das Ding. Ah das bin ich. Wer hat das Ding ansonsten noch und die Kreise noch... Ich habe es wegen des Schaden dabei. das hat mir gesagt ja noch passt das so gut schon 4 natürlich jetzt wo ich wieder neues bock und scheiß federmäuse tatsächlich wir sind dann stelle ich hier gerade tot gefühlt habe ich noch nie ab ist das habe ich so aber das ist es gut und da habe ich davon ein ich habe noch ein gehabt blocken das erleben sondern sein übernehmen ja und lebe ja man das ding was hat der eine hatte sein dinge abgehörte mann dass er so kann jetzt kevin ich kann aber wieder rein wie so ein idiote es ist jetzt schon wieder zusammen also dann sagt man die karten müssen liegen lassen zu den zeitpunkt wo wir jetzt sind bei acht minuten gleich das ist nicht mehr so geil alle karten immer auf zu sammeln das ist immer mit dem so ein bisschen schwierig dass sie halt machen das ist ein bisschen unpraktisch sein was gerade diesen scheiß feuerball damit knapp wieder gegner bei der stelle auf wenn du die gegner bereut das ist der erste stelle 5 so das können wir nehmen wir haben ja rüstung so ich meine überhaupt nicht mehr bekommen dass er ein witz so aber jetzt die war ja gut aber es ist auch noch nicht entwickelt man ja nur also wir haben nicht mehr so viel zeit also das bauen ein paar karten aber wenn die weiter so viel einsammeln dann ist hier bald nichts mehr an karten dass wir auch mal liegen leute selbst wenn du keine ahnung mal 10 kartens bauen dass wir trotzdem jetzt liegen wenn jetzt jemand abgibt hat dass sie jetzt sofort tun kann ich war muss das neue karte ist und du weißt du dann haben wir nicht eingesammelt also ich sehe schon da habe ich dann zwei abgibt weil alle karten eingeladen worden sind ich habe echt weg ist meine hauptwaffe noch ohne meine hauptwaffe ist es auch nicht mehr so geil dann im endeffekt wo die euro oder näher wirken die versuchte erstmal das ding ist dazu machen oder was so geht es dann mir gab der wetter so viel dps haben dadurch dass er schon da ist wo ich auch gerne sein wollen würde ja endlich das wollen wir jetzt hätte jetzt mal der karte schade obwohl das geht sogar noch mit dem ja so jetzt oder auch nicht weil ich gerade schaden bekommen was wir abbekommen das war ein schuss wahrscheinlich nicht gesehen habe wie meine karte hier liegen wo die dort ist es war und er kommt es wird und weg das baum der neue karte wollte wahrscheinlich überleben mussten aber dann ist ganz vorne leichter und wenn wir die stelle geschafft haben so gesehen kann man den leser ja ich einsam auf 5 ich habe jetzt die ganze erfahrung von unten so ein level sollten raus kam aus dem ding das ist enttäuschend so es wird auch stark jetzt bin ich aus der reiode durchlaufen wie ich will auf dem hinterher was auch die karte blieben aber sagt ihr immer anders haben wir auch von dem wie ich könnte auch einfach eine eisrüstung hier schon werde ich aber das hat er braucht dann zum beispiel noch einen der jahren nix war mal auf sammeln gerade wir sind bei 11 minuten also das ist echt nicht mehr so viele karten ich sage euch selbst damit jemand auf ich glaube ich werde auch noch maximal wenn er noch den hinkriegen also den krieg nicht mehr voll den bogen dafür kriegen wir nicht mehr nur level oder okay ist aber nur das ding so karte lassen wir liegen geld nehme ich aber mit kommen wir die einsammelt und da die wirken die eingesammelt und die nächste karten eingesammelt vielleicht auch gar keine abgabe für waren es unsere abgabe jetzt hier und fertig ich glaube noch ein idee gegner das war es dann noch nicht immer nach mit denen voll das war noch bei den weg hier im effekt was los mit dem Meep, meep, vorhin jetzt, weißt du, weil wir einfach keine Gegner mehr sind. Also, damit hätte ich gerade auch wieder eine. Für mich hat er auch noch einen Upgrade. Ich bekomme einen Level noch, bevor wir uns einsammeln, sammelt das bitte nicht ein. Das ist halt so, wenn ihr denkt ihr, ich glaube, die haben das Spiel noch nicht ganz verstanden oder so. Ich glaube, die haben noch nicht ganz verstanden, wie die Abbrötmechanik funktioniert. Ich habe mit Abstand, ich habe mit vier, die anderen haben maximal alle nur zwei. Okay, aber eine Karte sporten, aber nicht, ich brauche nicht jetzt noch eine diese Gegner gleich. Er muss und dann müsste dann noch eine diese Gegner, das heißt, ich habe sogar eine Abbrötze dementsprechend. Aber es ist von hier nichts mehr los. Ich habe noch einen Gegner hier, hallo, ich habe es halt unten bei denen jetzt gespawnte. Und wir wollen Spaß haben. Wir haben wieder Spaß und dann ist hier unten bei denen gespawnte. Wir wollen einfach mehr überleben. Wir wollen einfach mehr überleben. Ich glaube, die Prüfung zu machen ist nicht so schlau, weil du kannst dich echt nicht so viel bewegen. Ein bisschen so auf dem Flecken und Teer laufen und die aber betöten. Das war's. Ich glaube, er ist jetzt wieder eingeschlafen. Wo ist das, dass er scheiße wieder mit Viech, dass ich irgendwo rumlaufen muss. Lebensrelikte, Goldmünzen. Fängt schon ein bisschen an zu lecken hier, das Game, ne? Ich glaube, wir sind da jetzt ein bisschen too much für das Spiel. Also ich habe noch nur FPS und alles nicht, aber es leckt halt einfach gefühlt. Da spielt ich mit der Herkunft alles hier, darstellen zu das und so. Das ist noch eine Meth. Alter, das ist halt echt mega am Längen, das Ding. Geil, Gold. Die Würfe will das machen, davon helfen wir der Würfe mal. Ich weiß, wie sieht Meteoren aus, aber das ist easy. Mehr Leben, also mehr Rüstung, aber mehr überleben. Wir haben gleich zehn Sekunden, alles einzusammeln, müssen wir sofort wieder hin sprinten. Sonst kriegen wir davon nichts. Langsam wird doch ein bisschen eng. Und die Sammel schneiden. Zwei Leute tot. Gut. 1.400 Crit. 1.600. Wie es ja gerade aussieht. Das ist alles. Wir müssen hier spawnen, wo sich die auftaucht. So, mal schauen, ob wir es schaffen. Das Problem ist, hier schon wieder so viele Felder. Wenn die jetzt angenommen, die wird, die macht, glaube ich, keine Felder. Ich glaube, ich schieße das Spiel. Die komischen Dinger da. Aber dann wird ja auch irgendwelche Felder Kasten. Das ist ja nicht. Wunder, dass das Spiel einmal anfängt zu legen. Ich mache das Gefühl, ich sehe gar nicht so viel, wie es aussieht. Hier bist du im Kreis drin. Sieht aus wie ein easy Kampf. Das könnte sein, dass wir jetzt erstmal die Map auf schwierig schaffen. Das tun wir jetzt von mir auf das Mal beginnen. Ja, einfach wieder mitlaufen. Oh. Ich würde sagen, easy snack, ne? Mal da Ultima noch was hin. So, da wollen wir dann noch mal schauen, wie damage ich das gemacht habe. Das ist jetzt nicht interessiert, nämlich schon. Das ist noch eine komische Folge. Genau, hier Umwandlung. Leben. Wir haben 13 KADEMS habe ich nur gemacht, lol. Was? Echt so wenig. Lol. Der hat 22 gemacht. Wo das Ding heißt, er hat erst mal das halt früher ab als ich. Was halt schon viel ausmacht. Plus er hat halt den Schaden und Fehlkasten, was im Endeffekt auch DPS ist. Ich hab dafür, ne? Erst mal da fehlt mir halt der extra Punkt noch. Und dann hab ich halt Lauftempo-Politik dafür, ne? Hat er auch. Er hat auch, er hat quasi das, 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 das. Alles, was damage macht, hat er jetzt passiv halt ab gehabt, ne? So gesehen. Das hat auch ein Leben. Also das, was er hat, so hätte ich auch am liebsten gehabt. Ein Step mehr. Den Schaden dafür bei. Denn nicht unbedingt Lauftempo, sondern dafür wahrscheinlich Fähigkeitstempo. Aber krass. Dass ich echt so hart geoutdamaged worden bin. Obwohl ich halt die ganzen Dinge alle auf 4 hatte, ne? Aber trotzdem, am Ende bin ich ja trotzdem da eigentlich easy noch rumgelaufen. So gesehen. Da für den Schwierigkeitsgrad schwer. Und da wir zu viel spielen, bin ich da alleine bei den äh letzten Phasen noch ganz gut zurecht gekommen. Ja gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.